willkommen zu teil 3 spüren wir weiter um das letzte mal aufgehört haben wir sind immer noch hostels und wir sind jetzt auf der oberfläche jetzt wird es erst mal wirklich interessant nämlich jetzt sterben eigentlich komplett unvorbereitet so noch mal wir waren leider so dumm dass wir keine granaten aufgekommen vielleicht machen wir es jetzt ein bisschen wo okay das wird jetzt spornend spornend das wird jetzt spornend weißt du fucking hubschrauber noch dummer flieg gut mal ganz knapp der erklärt hat so 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 aber leicht irritiert und dort Office-Komplex da wollen wir ja nicht eine, da waren wir ja schon da geht es noch nicht weiter ähm ist das alternativlos? ist man wirklich da oben gehen? nein ok ups wird so da nicht oben fallen, gell? es geht nicht ok funktioniert doch super, dass die Taschenloppe im besten Moment ausgeht das ist ganz angenehm dass die Zechauer au hm Oh. ok okay dann muss sie entlang der russer sport warum? we need air stoff blast pit das ist übrigens auch nicht für die interessanten sind für die interessanten kapitel da war was so falls man noch kann jetzt also da wäre eins falls das kaputt werden wird schauleisen ja 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 wir haben schon wieder ein bisschen eine Verzögerung moment geht weiter sind die eigentlich ganz nette kleinen Hunde die kleine Hunde aber ja 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 und jetzt kommen alle daher vor dem wir eigentlich geflohen sind die gegner wiederum haben wir gute weg finden so ist noch so viel so viel haben wir es jetzt ja 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 ich wahrscheinlich nicht gefunden. Und weiter geht es. So, ich werde jetzt übrigens sehr oft sterben, weil da sind sehr viele Sprung einlagen, wie man sieht. Und sehr viele blöde, fiese Gegner. So, einmal hierher und einmal hierher und da weiter und da weiter und da weiter und jetzt einmal aufladen. Seventy-five percent. Der Unicam war nicht schlecht. Ähm... So, das Schnuppeln kann man abschalten. Da ist eh alles so strahlend grün erleichtert. So, jetzt schauen wir mal, wie das gegangen ist. So, das tun wir gleich mal. Zack, zack. Und speichern wir mal wieder mit dem richtigen Spielstand. Mit Lady Quicksafes... Ah, ja, ja. Gut, das haben wir gebraucht, oder? Den Energy Pactor. So, wir fahren mal auf hier. Jetzt... Nein, ich weiß gar nicht, was es jetzt gibt. Jetzt ist... Es wirkt doch alles anders, wie im Source oder im... Naja... Ah, ich weiß, was jetzt gibt. Ah, ich weiß, was jetzt gibt. Ah, ich weiß, was jetzt gibt. Ähm... Ja... Mein hört schon. Destroy the damn thing, ja. Da ist das damn thing. So, das ist jetzt das erste. Etwas, ähm, wie soll man es sagen? Der erstellt das gröbere Main Quest. Ich brauche nämlich... Nein, jetzt ernsthaft. Bin ich obergefallen, oder? Ich brauche nämlich Sauerstoff, Treibstoff und Power, um die Pflanze zu töten. Das lustige ist, Sauerstoff, Treibstoff und Power, findet man unten. Aber die Pflanze ist dumm, unter Anführungszeichen. Und lasst sich ablenken mit Kanaden. Wow, das war jetzt gut. War jetzt gar nicht so schlecht. So, ich glaube, wir haben einmal im ersten Ding geschafft. Das war sie nicht. Der zweite ist da wieder oben. Jetzt bin ich eigentlich einmal ein Stück tiefer, als ihr eigentlich sein wollt. Ja, was ja okay ist. Zweite ist da drüben, glaube ich. Da drüben. Dumm ist. Ah, geht's um? Okay, dann muss ich um. Okay, dann muss ich um. Da, wie man sieht, ist es, glaube ich, Sauerstoff und Wasser, was wir jetzt auftrennen müssen. Und das ist jetzt quasi Schultersuchen. Schultersuchen, Knöpfe suchen. Greifstoffraum? Ah, okay. Ja, genau. Da war einer, was? Ah. Das war's für heute. So, schön versucht umzugehen. Was passiert? Ich falle ober. So, ja. Also der Speed ist mir ein bisschen zu speedy. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Das geht gar nicht. So. Und so, 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 so. Die brauchen wir doch wieder. Ah, ja, genau. Den habe ich eigentlich etwas früher an Erinnerung gehabt, aber es hat sicher seine Richtigkeit. Den Einschalter für den Ventilator unten ist halt auch nicht unbedingt die beste Idee, würde ich sagen. Aber, die Entwickler werden sich schon etwas dabei gedacht haben. Jedenfalls. Ich hoffe, das geht. Natürlich gleich ein Schädelbasisbruch, weil wir dann dick geschlagen sind. Natürlich bist du wieder da. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, das geht. sauerstoff treibstoff ist ein okay dann brauchen wir da wir das jetzt hier dahin bringen so jetzt müssen wir noch einmal einen stock tiefer wohlgemerkt wir müssen da bei dieser lieben kleinen pflanze okay so dass wir jetzt nicht so schlau okay die tür ist dass wir die türen aufspringen 14 14 prozent das kommt jetzt interessant werden immerhin vorgegner weniger jetzt wird's fies kommunizieren helf kor so immer genau Oh. Ah. Da war was. Schauen wir mal. Ähm. Ich könnte mit dem Ding ruhig gehen. Ähm. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Weil ich glaub... Ja. Ja, das ist jetzt nicht zum Blick. Ja, nochmal. Ich bin einfach blöd. Ja. Noch einmal. Weil ich glaub, wir haben mit einer Aufzugabe vor einem Sterben ja so oder so. Ja, genau. Ah, geht ja. Warum so kompliziert? Hi. Okay. Geh Schmidt. Sicher doch, die kommen sicher um die zu holen. Ja. 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 Was war jetzt? Was ist hier? Was ist hier? Oh ja. Oh ja. Okay. Okay. Ich glaube, so was ihr hier habt. Kommt da her. Und ich glaube, damit ist das erledigt, oder? Ich weiß es, komm her. Oh, well. Wohl, da ist der Strom wieder. Echt, ich falle nur bis hier oben und hab schon 40% verloren wieder. Ja. Hey, es wird nicht besser. What the fuck? Okay. 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 wir uns doch schnell um vielleicht haben wir sehen ja aber ich glaube da haben wir nichts über da waren die granaten warum mir ist so viel gebraucht hat doch mal so viel gebraucht wo wo interessen also keine granaten mehr mehr haben keine granaten aufsatz für die maschinenpistole auch noch nicht das maschinengewehr da haben wir gar nichts da ist auch nichts und so dass ich glaube ich jetzt gar nicht machbar war ein bisschen zu schleißig unterwegs das problem ist nämlich dass die auf geräusch herrt das wird das wird nichts oh mein gott drum ist noch ein paar näher Kann ich schleißen? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 jesus das war jetzt da hätten wir jetzt die granaten super so 44 minuten das ganze hat jetzt einen nachteil gab der bahn ist auch filetiert worden nicht filetiert sondern sein durchgebrochen und sie glaube ich durch runter gehen und sie ist offensichtlich bin jetzt okay okay das ist das gut dann schauen wir kurz weiter wohin wir müssen was das okay auf deiner seite glaube ich haben wir da einen aufgang okay ist nur da so dann würde ich fast sagen wir haben sie mal fürs erste und es geht dann weiter in teil 3 wir hier hier hier